Ich bin in Istanbul angekommen, bin auch schon im Hotel. Eingecheckt habe ich noch nicht, müssen jetzt noch ein bisschen warten. Aber durch die ein oder andere glückliche Fügung hat es mit dem Flug alles super funktioniert. Ja, der Trinkstopp, den merke ich jetzt ziemlich deutlich. Das zehrt jetzt wirklich ganz, ganz schön. Gesicht wird auch immer schmaler, zumal mein Trinkstopp ja jetzt auch über 20 Stunden länger ist als sonst. Aber auch das werde ich schaffen, morgen schon der Wettkampf und dann gibt es hier auch wieder was zu trinken.